It's time for World on the Ground Wrestling. Ja, denn ihr seid Kellerkinder und am 3. März veranstaltet ihr in einem Keller in Weberknecht eine Wrestling-Show. Das ist übrigens sehr eigenartig, denn Wrestling-Events sollte man eigentlich in großen Hallen vor tausenden von Zuschauern darbieten und nicht in einem Keller. Aber egal, um euch etwas aufzuwerten, werde ich zu euch kommen am 3. März in den Weberknecht und euch zeigen, was Wrestling ist, was Entertainment ist und wer ich bin. Mario.